Ach, das ist mein größtes Haus-Ding immer, wenn ich immer schnell innerhalb von 1-2 Sekunden was wechseln will und da krieg ich einen Anfall. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich aber auch nicht hinbekommen, wenn ich es geordnet hätte. Zum Teil auch so dumm, wenn ich komplett links die Waffe habe und will aber komplett rechts rüber, anstatt dass ich einmal nach links drücke, drücke ich dann 4 mal auf rechts, weil ich das einfach in der Situation so irgendwie mir nicht antrainiert habe, dass ich so denke, weiß ich nicht. Ja, keine Zeit, ob da drüber nachzudenken. Das muss ich noch ein bisschen reinbekommen. Ja, aber dritte für erste Runde, komm mal, komm mal. Mal hat mir den Pech. Mal hast du kein Glück. Der Bums. Aber der, ja, egal, scheiß drauf. Ja, rein da. Ja, das ist mein Best-Uter-Kohlero. Ich werde mir so den High-Ground sneaken. Oh, oh, ich glaube, ich lande so scheiße. Ich werde mir so den High-Ground sneaken. Das bringt dir aber, glaube ich, bei dem tatsächlich nicht mal so viel... So viele Türen und Scheiße. Ja. Ja. Ach ne, der wäre jetzt hier für die Tür reingekommen. Scheiße. Oh ja. Die machen diese Bots, wie die reden immer so aggressiv. Ich kann das noch... Ach, das ist gar keine Flau-Berry. Ich denke, wir fliegen hier rum die ganze Zeit. Ich höre die ganze Zeit dieses Geräusch, wenn du runterfällst. Ach, da unten ist einer. Die Waffe geht nicht rein. Ich habe bloß eine Chance gehört. Daud. Nein, natürlich. Hilfe. Ja, ich bin gerade runtergefallen. Ich dachte, er hält sich nicht fest an der Kante. Ich snack mich sehr gut. Digga, diese Drecksmaschine geht bis auf den Zack. Ach, von der Richtung kommt jetzt auch ein Wort. Ach, das war ein Mensch. Der ist doch hinter dich. Die Hure. Gott, was gibt es für einen Spruch? Hier läuft aber echt noch irgendwie... Selbst bei mir? Ja. Ja. Ja, der sind da ums Eck, glaube ich. Ja, da hat gerade einer nachgeladen. Ich glaube, dass wir den Bot jetzt nicht unbedingt machen. Ich fühle mich gerade wie bei Rainbow Six. Oh, Digga! WTF? Er kommt einfach um die Hänge. Hinter uns! Wo? Was? Der ist One-Shot. Der ist One-Shot. Der ist One-Shot hinter dir. Ich sehe ihn nicht. Ach, da. Der ist One-Shot. Der ist One-Shot. Ja, der war wirklich One-Shot. Ja. Ich habe den so runter gelasert. Ich weiß nicht, wieso er mich cool hat. Ja, aber ich glaube, das ist der Boss. Der Leng-Medicum ist. Kuss. Da nimmt er die Spool-Aid von uns. Äh. Ja, ich will jetzt nichts wegnehmen. Naja, alles gut. Kommt ein scheiß Auto. Ach, die feiten gerade. Ich weiß nicht, ob er. Digga, auf einmal kommt er hier um die Ecke. Ich bräuchte ein Medipack, man. Ich glaube, wir haben bloß... ...die halt. Ah ja, das heißt nichts. Ah ne, da ist der Boss. Warte, da gehen wir nicht rein. Ich schau mal, dass ich die vielleicht von außen nutze werde. Die abgelenkt sind. Warte, schieß ich. Ich glaube, die feiten gerade zwei Teams, oder? Die feiten die? Ich glaube, die feiten beide Bosse. Ah, da kommt einer. Als ob der mich schon gesehen hat. Wieso treffe ich den nicht? Der ist one, one, one. Der ist... Ach, da ist noch ein zweiter. Okay, der eine ist noch. Sehr gut. Ach, Digga. Jetzt war die Waffe leer. Aber da dahinter waren auch noch welche, gell? Ja. Ist da irgendwo ne Ska? Ne. Wir haben eigentlich gerade echt paar rum drinnen gleich vor allem. Tja. Ah. Ja. Ja. Kann sogar 6 Schock wählen. Ja, dann holen wir mal diesen. Oder warte, nicht, dass die anderen jetzt kommen. Während des... Ja, warte, lass mal kurz chill. Ich weiß nicht, ob ich gerade da... Ich weiß nicht, ob der Schritt da... Ich weiß nicht, ob der jetzt die... Ja. Wenn du Boss fightest und dann auf einmal... Ja. ...den Gegner kann mit jedem einen Anfall... Aber ich glaube, das war's. Oder? Ja. Ne, vor... Wenn wir den anderen gerade gefeiert haben, ich habe sie eben auf der anderen Seite... ...vom... ...vom Schloss waren... ...wann... ...fights. Direkt dahinter. Ja, egal. Ich glaube... Ich glaube, das war's. Ja, lass den Boss kaputt hauen. Ah, GK! Was, was, was? Geht man jetzt da? Ah, was... Mann, wie kann das sein, Junge? Der ist One-Shot, dieser Hurensohn. Das ist Wahnsinn, was da nicht connected bei mir. Wo ist der andere? Direkt hinter der Ecke. Bei meiner Karte. Der ist aber low, 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 low. Okay. Normalfall. Aber jetzt hat er sich wahrscheinlich wieder gehealt. Nice. Alter. Krank. Kranke Schwein. Mann. Wieso? Weil der nicht connected hat und direkt hinter ihm kann der andere Hurensohn. Äh... Ich kann dich hier gar nicht holen. Ich habe aber deine Karte, oder? Ja. 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 Warte, dann hole ich den... 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 2-X-Man. Oder... Oder... Machier mal ein Ding sonst. Wieso fein ich den gerade eigentlich? Du bist so schwer. 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 Drei mal ein Ding. Ja gut, ich bleibe jetzt nicht alleine, aber wof. Oh. Ja, ich frage mich gerade auf das Botzen. Nee. Ja, der hat gerade geslider, der... Ja. Ja, ich schaue, dass ich ein Auto fände oder so einen Scheiß. Warum habe ich den Boss geflasht? Der macht ja gar keinen Sinn. Ach, da ist ja... Ach, Digga, da ist ja... Ja, ja, aber die kommen halt jetzt wahrscheinlich, wenn du jetzt hier den Boot hast. Ja, ich hätte ihn bloß nicht gesehen, eben. Ah, der Boot. Ja. Da. Nimm dich hier. Ich bin eigentlich gerade verkauft. Hast du seinen Make gesehen? Der war direkt da, ne? Ja, ja. Okay, gut. Nimm die Shocker, ja. Digga, bist du lost. Hohoho. Junge. War der lost? Ich hab nicht mal Leben verloren. Na gut, das ist die falsche Richtung, aber egal. Fuck, ja. Oh, da wird gefaltet. Wie noch immer. Das sind ja so viele Gegner, ne? Schau, dass ich bei dir lande, gell? Ja. Hier ist eh Zeug. Ach. Ach. Ja, ja. Ich will die keine Moni wegnehmen. Ja, gut. Einfach mal ein bisschen fertig. Und dann kann man ja wieder... Kann man ja nicht wieder rein. Wie geht's mit. Wie geht's mit. Wir sehen uns wieder.